Alpakas, das meint Alternative unter 35, pragmatisch nachhaltige Paddler, Querdenker und Kauffrau und natürlich Anpacker. Das sind Sabrina Staplowski auf Platz 3 und Daniel Nagel auf Platz 15 der CSU Stadtratsliste. Und wir, die Alpakas, wir haben uns für euch einen ganz besonderen Adventskalender ausgedacht. Viel Spaß beim Zuhören. Knisternd knacken, Flammen, verführerisch tanzen, kreisen, umspielen, züngelnd die lieblich duftenden Scheite. Und die Sinne, die Seele schicken sie auf Reisen, grübeln, abschweifen, sich verlieren in der Weite. Draußen hebt sich schleichend sacht der Schleier der Nacht, bedeckt die winterlich-weiße Welt und entfacht saubernd Schatten und Schauer in der Dunkelheit. Fantasieren. Die Gedanken ziehen weit, wo um Feuer ein Glas verlockend-rötlich-schimmernd scheint. In ihm strahlen Wein und Wahrheit, feierlich vereint. Ein selig Schluck daraus erleuchtend Erkenntnis verheißt. Langsam zum Mund führen. Die Seele, sie reißt. Bricht auf in des anbrechenden Frühlingsferne. Während draußen der Clan Nachtessterne uns lassen ins Unbestimmte blicken. Und hin und wieder einen Gruß schicken. Ja. Geeta. B Vanessa. B minus ihre Zeit. B ist ein groß nuestros Dступens. Vielen Dank.